Geschichte und Spielzeug. Hallo, Eva. Hallo, Miley. Wie geht es dir heute? Miley? Gut. Wie geht es dir, Hanna? Gut, und jetzt müssen wir uns anziehen gehen, denn wir müssen für die Mama eine Jause holen, okay? Oh no. Und dann haben wir ein paar angefahren und dann kommen wir wieder nach Hause, okay? Oh no. Und dann fährst du zur Mama weg. Na, die Mama kommt noch nach Hause, okay? Und die gehen noch nach Hause. Oh no. Nichts mehr nach Hause. Tschüss, ihr Lieben. Du auch so. Tschüss, ihr Lieben. Baba. Baba.